Jetzt füttern wir mal was, damit ich füttern kann. Dann geben wir doch Popcorn, davon haben wir genug. Nein, davon haben wir nicht genug, wir haben nur eine Tüte. Ja, ist gut, eine Tüte. Haben sie nur. Ich finde es, dass die Kinder vom Schirm dazwischen sitzen immer. Ja, die schwimmen erst auf seinem Rücken, weil sie noch zu klein sind, um zu schwimmen. Das ist doch ein Mädchen. Ja, die auch. Willkommen. Jetzt nehmen wir füttern, dann soll man herkommen. Jetzt kommen wir da. Ja, das ist doch. Ja! Ach, was ich geschah? Ich schaue sie mal! Dann erstes du halt,st du ich bei dir im Kopf von Steigen. Das tut es schon fast so. I alle, ich mache es weiter. Ich mache es keinem, ich mache es zu viel, weil ich und, wenn ich klarer habe. Soll ich jetzt noch einen Schick rüber hinlegen? Oh Papa, das würde ich nicht machen, ne? Du musst mal ein Brot auf deinen Finger. Das ist ja nicht. Ja, komm mal, was ist hübsch. Oh ja. Oder man muss die Hände nehmen. Die lauern nicht. Auf die Hände. Hier am Tag. Das war's. Das war's.